in hamburg von münchen und in berlin aber ist ja eh gerade ziemlich wurscht findest mein angebot auf liebesche.de ja heute mal ein ganz hatte ich irgendwie das gefühl muss ich einfach mal machen ich bin ja großer star wars also ganz großer star wars fan und ich finde da gibt es einfach totale parallelen also ich kriege schon immer also mir ist das so krass ich kriege schon richtig gänsehaut wenn ich so star wars sehe insbesondere diese alten filme und habe manchmal das gefühl es ist mir so bekannt also manchmal denke ich gott wer weiß wie oft wir schon hier auf der erde waren dass dafür zeiten gegeben hat wo es noch viel mehr diesen kampf zwischen licht und dunkel gegeben hat also ich habe das gefühl dass ich war dabei also jetzt nicht star wars aber sowas in solchen energien aber egal heute haben wir ja auch eine zeit was ich so denke des bewusstseins wandels und wir haben ja gerade sieht man ja nicht nur in deutschland sieht man auch hervorragend in den usa das ist so richtig kracht und blau gegen rot schwarz gegen weiß konservativ gegen progressiv a gegen b x gegen y und das kennen wir ja auch aus beziehungen der ewige kampf und ja und ich glaube geht herum was man ja auch in usa jetzt gerade sieht dass das einfach nicht funktioniert immer dieses gegeneinander also die werden irgendwie zusammenarbeiten müssen ich hatte auch meinen privatkanal auch noch mal ein video zu machen und ja ja also es geht so einfach nicht mehr und man sieht auch was bricht auf und was man auch sieht also ohne dass man jetzt weiß was da jetzt genau passiert aber ich meine zu sehen ja dass eben bestimmte sachen einfach nicht mehr funktionieren man kann nicht man kann nicht mehr alle sachen unter dem deckel halten man kann nicht mehr durch 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 so eine art so eine mobbing art oder leute einschüchtern es funktioniert einfach langsam nicht mehr und ist auch gar keine verurteilung oder so weiter diese energie funktioniert einfach nicht mehr ist energie funktioniert nicht mehr und also dieses dieses was nicht andere raus mobben und kämpfen und vor gericht und da weiß ich es funktioniert nicht weil wir müssen und wir dürfen und wir wollen zusammenarbeiten weil man ganz ehrlich also alle menschen wollen doch das gleiche wollen geliebt werden die wollen ihre freiheit haben die wollen selbstbestimmt leben die wollen nicht in angst leben klar gibt es den menschen unterschiedlich haben unterschiedliche meinung aber mal letzten endes und ja und das findest hat dieser star wars vor allen dingen ich werde das hier glaube ich auch mal versuchen einzublenden das ist ja jetzt heute der damals war es das ende der saga als ich vor 100 jahren meine ersten kinoerfahrung hatte heute ist es glaube ich star wars 6 also für mich immer noch der star wars moment wo ja luke gegen das wader ja diese end szene hat eigentlich gar keine chancen mehr dein hasse hat dich mächtig gemacht und jetzt erfülle dein schicksal in deines vaters platz ja deines vaters platz ja dass dieser dieser böse meister da sagt dann los hörte deinen vater gehen diese hassenergie kommt zur dunklen seite und ja und dann richtig immer noch gänsehaut und dann look dieses schwert einfach fallen lässt niemals so der schmeißt es hin und sagt nein töte mich jemand wegen ich werde nicht zur ich werde nicht zur dunklen seite wechseln dunklen seite in diesem fall ist ich werde nicht in diese 3d energien von auch in hass gehen werde ich nicht reingehen so und ich mache es einfach nicht und das ist eigentlich das was gerade glaube ich so gefordert ist dass dass wir sagen nee wir wollen es nicht mehr wir wollen nicht mehr in diesen niedrigen schwingungen des bewusstseins sein wir wollen nicht mehr ja in diese täter opfer energien reingehen das heißt auch nicht auch wenn uns jemand vielleicht schlecht behandelt hat klar wollen wir und dürfen uns abgrenzen das ist ja auch für mich meisterhaft thematisiert in diesem film man darf sich natürlich abgrenzen und sagen nee so geht es nicht aber wir wollen uns eben nicht anstacheln lassen auch in diese hass und wut und zornenergien rein zu gehen die einfach niedrig schwingend sind und so kommen wir hier nicht weiter so kommen wir nicht in unsere kommen wir nicht zu unserem schönen erden paradies was wir vielleicht alle haben wollen und ja dafür ist halt notwendig zu sagen nee ich will das nicht mehr ich gehe nicht mehr in diese ja vielleicht schon irgendwie es ist ja auch zurück natürlich hat dieser kampf dieser kampf hat natürlich auch so eine schule energie aber letzt letzten endes ist es glaube ich nicht das was wir wollen das vielleicht interessanter ist im fernsehen zu gucken aber ja denke es geht darum ja wie gesagt schon auch nicht jetzt in so ein opfer rein zu gehen und natürlich darf und soll man sich abgrenzen aber eben nicht ja zum beispiel nur weil ein einheit einen vielleicht ein vermeintlicher narzisst irgendwie scheiße behandelt hat soll darf muss man sich abgrenzen und gehen und was weiß ich aber es bringt nichts dann selber an so eine kampf hass und was weiß ich was energie zu geben weil dann geht man die gleiche nennen man geht in exakt die gleiche energie rein und füttert das gleiche niederschwingende energie system irgendwie was wir alle nicht mehr wollen so ne und ja ich finde es total spannend was gerade passiert und habe gerade wirklich das gefühl da ist jetzt so ein turning point da wendet sich gerade was und aber gut ist nur mein gefühl vielleicht auch kalt aber ich habe wirklich das gefühl da ist jetzt gerade echt ein turning point und sind vielleicht viel näher an ja an besseren zeiten als wir vielleicht denken so ne klar es ist gerade jetzt so ein nadelöhr und chaos aber ja ich bin dann nach wie vor guten mutes und ja ich habe das irgendwie so ich habe gar nicht richtig geschlafen heute nach weil ich dachte ja genau so das ist was wir brauchen ja legt den kampf nieder auch gegen euch selbst ne mein gott wie oft ich kenne das ich kenne das mit klienten dieser ewige kampf gegen sich selbst noch besser werden sich optimieren ich bin immer noch nicht gut genug und das muss aber noch und da da bin ich noch nicht gut genug und hier muss ich noch und die haben ein partner sagt ja auch ich bin nicht gut genug und ja hör auf zu kämpfen auch gegen mich selber so ja und ich hatte auch lust dann als experiment mal vielleicht jetzt doch habe ich mich ja immer immer geweigert aber doch mal vielleicht meine erste facebook gruppe zu gründen die wollte ich eine liebe chip excalibur das ist dieses mythische schwert aus avalon ist auch warum und wieso sei vielleicht ein anderes mal aber ich finde das passend und ist also kann jeder einsteigen es geht aber nicht darum dass ich da irgendwelche dating ratschläge geben wird oder weiß überhaupt nicht es soll nur leute reingehen die lust haben ja gemeinsam mitzuwirken dass wir uns ja eine neue welt auch eine neue beziehungswelt in liebe und gemeinschaft erschaffen wer da lust hat mitzuwirken das ist auch so ein bisschen gedacht dass so eine liebe chip supporter grob also nicht so eine wo ja wo man in keine ahnung irgendwelche langen total unglücklichen dating stories ausbreitet da gibt es andere orte für wo es da aufmerksamkeit und hilfe für gibt leider geht es sollte wirklich darum gehen ja wie können wir uns eine schönere welt schaffen zusammen und in freude in spaß und ich mag pack den link mal hier drunter sonst einfach facebook mal liebe schipp excalibur eingeben und und wer da streit sucht der fliegt gleich wieder raus ist so aber ich habe noch keine erfahrung mit diesen gruppen vielleicht sage ich auch nach ein paar wochen gott also ich werde das auch nicht groß moderieren oder wie gesagt noch gar keinen fall irgendwie da coaching mäßig tätig werden also ich sehe mich da auch als mitglied in so einer gruppe und ja weiß ich auch nicht ist mal ein experiment und genau vielleicht haben ja auch andere leute da lust auch mal admin also auch admin zu sein und wenn da nur fünf leute drin sind ist mir auch recht ist weil das einfach ein thema was mich elektrisiert und mir spaß macht und genau in diesem sinne wir werden es mal wieder sehen ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020